ARD Text im Auftrag von Funk Das ist eigentlich der einzige Unterschied ARD Text im Auftrag von Funk Und, ganz wichtig, die Fenster sind nicht kugelsicher Doch, von einer Seite Du kannst nur von außen nach innen schießen Oder so, ja Was überhaupt, das Naja, weil wir einfach die Waffe nicht haben Die Verteidiger haben kein Schaffensgewehr Deswegen kannst du nicht rausschießen Natascha könnte vielleicht rausschießen Guck mal Ich bin ein bisschen fies vor, ey Denkst du echt, das hängt mit dem Kaliber zusammen mit der Durchfallskraft? Ganz unten, ganz unten, die haben einen Puls Ach, ne Die haben alle einen Puls, wie auch Den Charakterpuls, du, Vogel Ja, scheiße Ja, wie so, das ist ganz gut Weil so sind nur mindestens zwei Räume offen Komplett offen Aber die Treppenabgänge können die nicht sichern Main Interest Bus Location of Biohazard Container Undone Clear to engage Geht der oben mit rein? Pinguin ist unser Sponsor für Twitch Unsere Partner sind allgemein Das ist der Unterschied Hallo, kommt der mit mir oben rein? Irgendwann da würde ich aufpassen hier, ja Ach du, dass die unten sind, regt mich auf Da kann ich nicht, da kann man nicht reinschießen Soll ich mal vorgehen? Halt dich für seltenvoll Kein Laser Woop, woop Guten Tag Fallen auf der Police Ja, Liquid Und wer ist dafür verantwortlich? Der Raver Ja, was machen wir denn? Warum liegt hier ne Bombe? Oh, warte, warte, hier liegt ne Bombe Weg da, weg, 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 weg What the fuck? Ich denk so, hä, was fickt denn da Ich dachte erst, dass wir ein Fuse hier So, vom Fuse Child irgendwas Also, dass ich hier wegnehme so der Scheiß Ey, Scheiße Ey, ey Ey Jetzt reicht's, einer liegt links, einer ist rechts Seid ihr auf der richtigen Ebene? Jetzt reicht's aber so langsam hier Ich kann ihn nicht töten Meine Güte, jetzt ist aber aus Schluss Nicht weiter gehen kurz Rechts ist einer, okay An links auch noch? Ne, links müsste ich haben Direkt rechts einer Oh, ich hab Ich hab meine HE geworfen Aber ich hab den Dreimal mit der Pistole Voll in die eine geballert von mir aus Ich geh vor, du musst wieder back an Nachdem als erster nicht Da ist noch ein Lauf weg Ja, nice Kamera wieder hin Oh 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 Schauts jetzt mal Junge, Junge, oh shit Mein Schild hat auch nicht was gefressen Wieso? Oh Junge, wir sind Oh Oh Keine Das wir jetzt überlebt haben War ja mega lucky, ey Der Raum war ja einfach nur groß Ich hab dann zweimal die Granaten durchgeschossen Oh, oh Was denn Da bin ich mal getroffen Was nehmen wir? Wie kam bei Tashanka die MG so umständlich genauer schießt Rechte Maustaste zum besseren Anwesen sein Sollen wir mal lange schauen? Und eigentlich auch ganz nach oben, ne, oder? Ne, das kommt Da kommst du nicht rein Scheiße Ach Gott Hat er recht Wär echt kacke Ja, da so glatt Richtig doch Halt Plötzlich rutscht runter, ey Wird das nicht Aus der Vorstellung Also die Witze kommen wieder tief, oder? Ich hab hier schon drei Drohnen gesehen Reins weg, zwei weg Ich hätte vielleicht auch direkt meinen Blei weg Willst du hier wieder rein, oder? Ja, warte, 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 lass mich doch durch, bitte Nein, ich wollte da richtig zumachen Ich kanns auch selbst wegmachen Ja, kommt dann Ja Kommt dann ganz hinten auf der anderen Seite auch immer komplett zu Oh nein, nein, nein Stell den Gemma mal bis zu Wunderchen Okay Ja Um die Ecke, oder so Ich will hier das Ja, hab ich mir schon Ah Du hast es trotzdem davon angefangen Eie Ich dachte nur, das ist so weit Ja, ich mach nur hinter dir Proben, dass hinter dir keiner rein kommt Ja Wow Jetzt hängen wir euch schon wieder alle hier In dem einen Raum Ja Ich hab keine Ahnung, wer auf die Idee kommen muss Hatten wir einen Jäger? Ja Ich weiß nicht, die Kerse hat gerade eingesperrt, oder? Nee, hier Ich gehe hier hin Ich gehe hier hin Ich gehe hier hin Ich gehe hier hin Ich kanns hier von Also mit dem Tür schließen Ich glaub, bei mir höre ich Steps von außen Jups Bei mir sind Steps Vielleicht vor der Tür hier Ja Da Machier mal bitte Die bringen hier irgendwas an Da, da, da Die haben irgendwas angebracht Die sind da an dem Stiegen, gell? Jalu macht Geräusche Das stören die Sachen Da kommt ein Schirch Wie seid ihr zu zweit? Hat einer von euch C4? Hat einer von euch C4? Hält mehr hoch? Hat einer von euch C4 Wo bist du mit Fall? Ich bin Backup Absolut Okay Nice Ich habe nur den Raum predicted Da war auch nichts Ja, ich hab da auch einfach nur, dass da keiner reinkommt, während der aufhebt Kommen die wirklich über alle, über die gleiche Seite? Nein Glaub ich nicht Immer alle Augen, also immer trotzdem in alle Richtung entgegen Das ist mir schon klar Aber nur wenn ich mich jetzt so beobachte, wo jetzt die drei Leute draufkommen und so Okay, die kommen jetzt von mir Hier von dieser Seite kommen sie jetzt auch Ja Okay Hier hin Ja Warte darauf, dass eine der beiden Metallwände weggeht Guckuck Dann halte ich da rein Die Matte habe ich in Sicht dann Oh, EMP, EMP kann er Also eine Shotgun, richtig gut Der kommt gar nicht ran Nee, Setscher hat keine Shotgun dabei Im Blowout Er kann auch eine Kann auf jeden Fall einer Ja, er kann, aber Kondran versucht die zu flanken Flanken? 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 Flankieren Flank doch mal da was an Oder da Komm schon, komm schon Shit Der kam in dem Moment von hinten Das ist ja ein Widerlicher Warte mal, ich geh mal auf die andere Position In dem Moment kommt er da Nee Hier bei mir Steps Autor und ich haben die andere Seite Macht ihr beiden da weiter Der liegt am Boden? Komm mal Letzter ist Setscher Er kommt gar nicht durch die Wände durch Der kommt hier gar nicht rein Haben wir noch ein Castle? Mach mal hier zu Castle ist tot, oder? Ja Komm trotzdem rein, McFly, schnell Okay Komm mal rein, wir machen einmal die Wand zu Ist die einzige Wand, die er nebens hat Der kann doch mal hier reinkommen Komm, wir warten noch Alle hier so hinter, oder was? Hier Warte, warte, ich komm auch dazu Zwei Reihen Ne, da nur Wasserfiel Direkt so, direkt nebeneinander Ja, ja, nebeneinander Hier sitzt Direkt Vorne presst Gegend Alle nebeneinander Der Wenn der reinkommt, kriegt er einen Schock des Lebens Oh, schade, der will nicht Der will nicht Der halten wir einfach drauf Ja Auf die Tür Dann halten wir einfach durch Auf die Tür Los Lässt er hinten, lässt er hinten Ja Ah 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 Göttlich Nicht in den Raum reingekommen Ah So, ich hoffe mal, dass die dann nicht wieder hingehen Ich will einmal durch die Fenster die töten Den Raum nehmen wir das nächste Mal wieder, ey Der war geil Ja, der war super Da kannst du alle Wände zu machen, ey Wenn du jetzt noch Karsel lebendig gehabt Hättest du das einfach zumachen können Auf Karsel Hättest du was zu tun Ja Obwohl, kann Thatcher nicht hier Sprengladung haben? Kann nicht? Breaching Charges, ja Kann man haben nochmal Ja, aber da haben die doch bestimmt alle schon rausgehauen Ne, er hätte auch die Wände von Karsel aufhauen können mit 18 Schlägen 18 Schläge braucht der Echt? Oh, shit Aber er hätte halt gebraucht, ne? Aber wenn wir von der anderen Seite draufgeballert hätten Wär das auch kaputt gegangen Schnell oder nicht? Bei mir was? Geh mal uns nach hier Die haben sich da aus am Kupfloch geschossen Ach, Mann, oh Verlangweilig Du sollst mir selber was anfangen lassen Dave Austria Du hast gestern Oder du hättest gestern Rainbow Six Siege in the Season Pass gewonnen Aber leider warst du nicht mehr im Chat anwesend Ich bin hier 10 Sekunden Achtung, da sind überall Booby Traps unten Also die gehen unten nicht rein Die Booby Traps sind nicht so sinnlos Ja, aber Gott sei Dank Da wo wir reingegangen sind Und wo wir eben drauf gezielt haben Ja genau, auf der Seite nämlich Nein, da wo wir drauf gezielt haben Da haben sie eine Wand offen gelassen Und da können sie durch Haben sie ein Loch drin Da können sie durchschließen Und einer ist oben Passt auf, einer ist äh Running Dave Frost hat mir donated 5 Euro Hallo, da, hallo Ich bin hier Wink, wink Ja Dave, ich hab dir den Message hier schon immer gebracht Ja Tut das euch sehr leid Ah, er ist hier Ah Ja, ja Ich hab ihn grad gehört Aber ich hab mich auf die Kamera zuerst konzentriert Ach Gott Ganz hinten ist er Leute Ja, was war's denn Ich bin einfach bei Berlin Ich bin einfach bei Berlin Pit Oder hinten hinten Ganz hinten Ganz hinten Also der hinterste Eingang Hier Habe ich ja schon aufgerauchen Du bist jetzt im Cockpit Ja, aber wenn du auf der anderen Seite spawnst Ist das hier ganz hinten Ja, ganz hinten vom Flugzeug Äh, Liquid Vorsicht Mittlere Etage aber auf jeden Fall Ja, bei dir war auch einen Der hat's Hälsch aber auch weggemacht Alter Andere Seite Ist kaputt Ist kaputt Boah Äh Wollte grad sagen Allen nicht stabilen Wänden Mhm Oh shit Ich hab noch 4 AP Liquid Der könnte hinter mir herkommen Ja, ja Keine 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 Kannst du die Tür kaputt machen? Oh, zwischen der Wand Das Loch hatte ich angesprochen, ja Ja, ja, ja Ich wusste ja nicht, dass das da direkt ist Oh shit Oh Oh One friendly operator remaining Fogo Dalu Wie kann der mich denn Also der hätte mich eigentlich nicht sehen dürfen Fogo Dalu Ranger Hier Ist jetzt zurückgeschossen Glaube die kommen Na Was aufgemacht Haben die sich jetzt halt über Kopf da ruhig stürmen Nice Hm, was? Rechts müsste einer sitzen Rechts müsste einer sitzen Ja Du hast ihn gesehen, kurz wird mit dem Pit, ich muss jetzt runter. Mhm. Schade. Eine wäre noch gut gewesen. Wenn du durch die erste Tür gehst rechts, dann sitzt einer dahinter. Die Train. Noch Zeit, ich hab noch Zeit, ich hab noch Zeit. Oh, direkt rechts. Genau, rechts. Oh, klar. Schade. Ja, haben sie gut gedeckt. Haben sie gut gedeckt. Nö. 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 Ja, zum Schluss schon. Also, wir haben uns einfach dort nen Roundup zu viel erwischen lassen. Ich ganz vorne voran, das soll ich nix sagen. Wenn du den einen da nicht gesehen hast, der lag ja wohl ihren Seiten in der Ecke. Aber ich weiß, ich muss mir jetzt, wenn wir das nämlich nochmal nehmen, anschauen, was du von da sehen kannst. Also, wenn du oben dieses Loch da aufstehst, du kannst ja zwischen den Gittern her schauen. Aber was siehst du? Oder siehst du die letzte Wand? Weil ich glaube, ich kann nicht bis zum Ende der Wand gucken. Ja. Dankeschön. Ahem. Vielen, vielen Dank für's Subscribing. Das freut mich wirklich sehr. Danke dir. Danke dir. Also, man sieht das gar nicht. Kann das sein. Oh. Ich kann das von unten nicht einschätzen, welche Ecke das ist. Ahem. Also, vielen Dank. Und danke, ob das kommt im Moment bezüglich des Klima. Auch das. Vielen Dank. Oh. 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 Das ist hier. Warum? Da. Ja, weil wenn, dann, wenn, dann, dann sprengen sie die E auf und wenn sie aufkommen, hier sprengen sie die Ecke. Genau. Ah, Liquid, hinter dir ist noch eine Kunde und rechts von dir Kamera, hinter dir jetzt. Okay. Maxi noch rein, oder? Die kommen hier. Ich bleib hier. Ja, ich bleib hier. Ja, ich hab's da so kattestellt. Ah, fuck. Die kamen dann alle von mir. Schade. Aber Schild hab ich erwischt. Zack07, auch dir vielen Dank fürs Subscriben. Herzlich willkommen. Vielen Dank für deinen Support. Ja, ja, getauscht. Entschuldigung, du hörst, wenn die da nicht die Tür direkt hier aufmachen, sondern eine weiter. Oder siehst du es sogar? Ähm, ne, sehen tue ich es nicht, aber ja, ich müsste es hören. Gut, weil wenn die da reingehen, sag Bescheid, dann zünde ich mal eine C4. Liquid, von hinter dir könnten sie kommen. Da weißt du, man ist ein Slash gewesen. Ey, die haben alle unter Strom gesetzt. Die können da nicht durch. Achso. Na doch, die kommen da von der Tür aus. Und die Slash, die haben wir Setzer. Ist das noch unbekannt? Oh, okay. Jemand von euch hat gerade meine Kamera kaputtgebracht? In dem Raum? Die. Ach, ne, ja, EMP. 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 Gegen die Wand oder so, weil hier sind alle drei Stromdinger von mir kaputt. Wissen nicht, was die letzte Klasse ist. Ich bin aber noch weggekommen. Hm. Ja, kein Damage bekommen, doch hast du ordentlich. Ordentlich, ja. Slash setzt es gewesen. Loll. Wow. Alter. Der kommt hier wieder nicht rein. Der ist direkt vor der Tür. Da ist er. Oh, warum bin ich jetzt runtergefallen? Warte, bist du zurückgegangen? Ja, man darf hier eigentlich nicht drauf. Das Verpackte rutscht nämlich direkt rüber. Achso. What? Ich bin wegen der Granate da. Noch mehr Füße. Ja. Nice. Oh, die Granate. Ey, das ganze Blut da auch. Ich hab's unten durch den Schlitz durchgesehen. Ja. Oh. Die ist ganz knapp an der Kante, also an der unteren Kante von dem Tor, da abgelaufen. Abgeprallt und zurückgeklappt. Stark. Das ist er. Ich sitz noch mal drauf, dass sie nicht unten sind. Das hat bei denen doch jetzt nicht geklappt. Wobei doch einmal hat's geklappt. Ja, dann haben wir sogar mit drei Leuten überlegt. Also da unten ist die beste Stelle. Ja, das ist ein fantastischer Raum. Ich hab mir ehrlich gesagt zu früh gezeigt, weil der Blitz ist einfach an mir vorbeigeht und hat eben in den Rück geschossen. Und dann kam Thatcher erst und der wusste ja schon, wo ich bin. Das war zu gut. Ja. Hm? Aber ich hab das Gefühl, gerade Thermite ist eigentlich so ziemlich der Einzige, was wirklich Richtpflicht ist. Oh, okay. Oh, okay. Ja, ich hab's dran. Ah, hat ihn erwischt. Da, wo ich grad markiert hab, da hat einer C4 eingebracht. Das heißt, falls man in den Keller runter geht. Ist wieder oben ein Streuner? Weiß ich nicht. Drei Leute sind zumindest im Raum der Bombe. Direkt. Oben ist echt ein Streuner? Ja, oben ist einer. Ja, oben rücken. Dann mach ich ja, glaube ich. McFry, ich begleite dich. Ich mach dir einfach die Tür auf, okay? Ich hab ihn nochmal markiert. Ich hab ihn nochmal markiert. Da sind die Tür auf, so. Das kenn ich auch. Das probiere ich jetzt. Hier. Weiß. Das war ziemlich passend markiert, würde ich mal behaupten wollen, oder? War das der? Ja, das war der. Ja, das war der. Ich hab ihn noch in der Kamera gehabt, als er oben gefallen ist. Das ist der Streuner gewesen, oder was? Ja. Das heißt, der ist weg. Reloading. Hallo. Hallo. Ich geh nach unten. Vielleicht kannst du ja irgendwie von oben was kaputt machen. Ja, ich kann hier, komm mit. Ich kann den Konferenzraum ziemlich zerstören. Wollen wir mitmachen? Ich hab jetzt Liquid. Okay. Noch ein Streuner. Das Ding ist von der falschen Seite. Am Konferenzraum noch ein Streuner. Dem hab ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Okay. Wenn du durch die Tür bist, rechts beim Gegner. Mann, ich sehe die verdammten Füße. Das Problem ist... Wo bist du? Das war. Der, der schießt, der liegt genau gerade aus am, äh, Richtung Gang für die, äh, McFly. Wir sind gespottet, bei uns nur ne Kamera. Der ist eine Etage über euch, der Streuner. Ja, ja. Ich sag der. Auf Höhe von... Du hast mit McFly geredet, direkt vor dir. Deswegen bin ich unvorsichtig geworden. Achso, sorry. Der ist in einer anderen Etage. Nice. Den von hinten hab ich. Der New. Der Bandit war nach oben. Also wenn ihr euch beeilt habt, der 2-in-1 in dem Raum. Und der steht direkt da. Bei dem Markt, ne? Ja. Hier sind noch zwei Leute drin. Der ist ein Tisch. Hier sind... Ich bin am meisten. Zwei Leute bei der Bombay gerade. Der Jäger hat mich oben erschossen. Ne, der ist tot. Der Jäger ist tot. Der hat Liquid erwischt. Dann sind da zwei Leute drin. Ja, nur zwei Leute drin. Okay, warte. Ich hab... Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ich... Ich pack hier ne Drohne aus. Liquid da, wo du gerade standst, die müssten beide mit dem Rücken zu dir stehen. So gut wie... Ich bin... Ich bin nämlich 100% sicher. Lass es also weg. Da krieg ich zurück Richtung Bombe. Kondor, wenn du jetzt Richtung Bombe schießt, solltest du ihn eigentlich haben. Ah, die Markierung, die ich da gesetzt, die ist immer noch aktuell. Genau. Da steht halt ein Tisch. Da kann ich nicht durchschießen. Ja, beide bekannt. Beide im Raum. Ja, aber... Kannst du... Kondor, kannst du vorn rechts in den Raum rushen, weil dort drin hat McFly, äh... nämlich die... seitlich aufgemacht. Markierung immer noch... Hier ist der. Nice. Reinkommen links in der Ecke letzter. Nice. Alter, ich hab mich gerade so erschrocken, weil ich bin oben durch die Gänge geschlichen. Wirklich so. Ich guck links Ecke, rechts Ecke. Auf einmal hör mir... Oh, es bin located. So weißt du mal, wir hatten die Bombe gefunden und die Gegner sagen das im Team, also die Charaktere sagen das. Und er stand einfach genau hinter mir in der Ecke. Hahahaha. Komm nicht mit. Hey, auf Level 20. Was war das, Alter? Hahahaha.